Ja, hallo liebe YouTuber und User, die gerade dieses Video von mir sehen. Endlich mal in HD. Endlich mal was Neues. Mein Kameramann hat es geschafft vorbeizukommen. Diesmal in diesem Video ist ein Quick-Tip. Geht es um Kabelbinder, beziehungsweise wie mache ich am besten Kabel an die Traverse dran. Für mich, insofern es Deko-Trust ist, denn bei normaler Trust ist der ein bisschen zu kurz. Ich habe immer dieses Problem, Kabel in die Traverse legen macht keinen Sinn. Denn in einer Woche muss man die sowieso wieder alle rausziehen, weil man einen Auftrag hat oder was auch immer. Deswegen habe ich mir etwas Neues ausgedacht und zwar nehme ich hier so Kabelbinder-Teile mit Klett. Und dann kann ich mein Kabel einfach an der Traverse dazwischen klemmen und dann einfach zuziehen. Mein Finger ist jetzt mal das Kabel festmachen und das Kabel ist fest. Und das geht auch so schnell nicht wieder los. Also soviel dazu, dann der Quick-Tipp von mir und wir sehen uns in meinem nächsten Video.